97, 42. Leider kein zweiter Start möglich, aber dritter Platz bleibt sicher. Und der zweite Platz geht an den fahrenden Mann aus Fichten, Luxemburg, Rode Löw. Heute Morgen in der 3,5 Tonnen freien Klasse nur der zweite Platz. Jetzt dürfen Sie ganz nach oben in der Tageswertung der Sieg an Matthias Böhmann und Green Monster. So, das ist nochmal der Applaus für die Tagessieger. Tagessieger. Tagessieger.